Ein Dach soll vor Witterung schützen. Ein Dach soll Behaglichkeit schaffen. Ein Dach soll moderne Ansprüche erfüllen und dazu noch gut aussehen. Sobade steht für Dächer, wie sie sein sollen. In Cuxhaven und Umgebung sind wir Ihre erste Adresse, wenn es um Qualität, Design und Funktionalität geht. Unser Team, bestehend aus 25 Experten, kümmert sich darum, Ihr Haus mit Ihrem Traumdach zu versägen. Wir sind stolz auf das, was wir leisten. Auch deshalb, weil wir stets Hand in Hand arbeiten, immer im Sinne des Kunden. Das Fundament für unsere Leistung ist eine gute Ausbildung. Präzision ist unser Markenzeichen, Leidenschaft unser Antrieb. Das Dach verstehen wir als elementare Einheit. Es stellt viele technische Anforderungen. Es verlangt verschiedene Gewerke. Wir bieten sie Ihnen aus einer Hand. Unsere Dachdecker bringen Funktion und Ästhetik in Einklang. Wir zeigen Ihnen, was zu Ihrem Haus passt. Denn das Dach ist Teil des Charakters Ihres Hauses. Jedes Dach braucht seinen Dachstuhl. Darum kümmern sich unsere erfahrenen Zimmerleute. Denn der Dachstuhl ist die Basis für die Eindeckung. Unsere Zimmerleute verstehen sich auf Statik. Sie verstehen sich auf individuelle Lösungen. Und sie verstehen sich auch als Team. Unsere Bauklempner schaffen einzigartige Highlights für Ihr Zuhause. Unser Herzblut steckt nicht nur im großen Ganzen. Auch den vermeintlich kleinen Dingen gehört unsere Leidenschaft. Ob Reparatur oder Wartung, bei uns finden Sie alles unter einem Dach. Jedes Projekt planen wir individuell und mit Liebe zum Detail. Unser Anspruch ist, Ihre Wünsche zu erfüllen. Wir sind ein gutes Team auf der Arbeit, aber auch darüber hinaus. Damit schaffen wir Einzigartiges. Was wir tun, begeistert uns. Und diese Begeisterung hält auch nachgetaner Arbeit an. Wir sind nicht nur Kollegen, wir sind mehr. Wir sind Sauvade. So soll ein Dach sein. Wir sind ja. Untertitelung. BR 2018